Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Heute auch mit dabei ist 33. 33. Wir nähern uns dem Sechser mit 43. 43. Und der heutige 6S komplett mit 27. 27. Fehlt nur noch die Zusatzzahl und diese lautet 19. 19. Hier noch einmal die Gewinnzahlen jetzt in ansteigender Reihenfolge. 6, 17, 23, 27, 33, 43 und die heutige Zusatzzahl ist 19. Und damit kommen wir zum Joker. Beim Joker hat es am Mittwoch einen Solotreffer gegeben. Ein Spielteilnehmer konnte als einziger den Joker-Checkpot knacken. Er freut sich nun über mehr als 466.000 Euro. Ich hoffe, Sie haben heute mitgespielt und ebenfalls das Jahr angekreuzt. Und los geht's! Die erste Stelle der heutigen Joker-Zahl lautet 7. 7. An der zweiten Stelle haben wir 3. 3. 1. 2. Die dritte Stelle lautet 9. 9. An der vierten Stelle ebenfalls 9. 9. Die vorletzte Stelle lautet 1. 1. Und an der sechsten und letzten Stelle haben wir 6. 6. Somit lautet die Joker-Zahl der heutigen Ziehung 7. 3. 9. 9. 1. 6. 1,50 Euro gewinnen Sie mit einer übereinstimmenden Stelle. 7 Euro mit zwei Stellen. 77 Euro mit drei. 770 mit vier. 7. 700 mit fünf. Und mit sechs übereinstimmenden Stellen haben Sie den Joker. Ob und wie viel Sie heute Abend gewonnen haben, können Sie einfach mit der neuen Lotterin-Service-App auf Ihrem Handy überprüfen. Allen Gewinnerinnen und Gewinnern dieser Ziehung gratulieren wir sehr herzlich. Anzahl und Höhe der Gewinne erfahren Sie darüber hinaus im OF-Teletext auf Seite 721, aus den Tageszeitungen sowie in Ihrer Annahmestelle. Ja und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntagabend und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Theo der story.